Betriebsräte rauskündigen oder rauskaufen, geht das? Darüber diskutiere ich jetzt mit meiner Kollegin Lina Goldbach, Fachanwaltin für Arbeitsrecht aus München. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Der WAF-Podcast mit Sandra Becker und ihren Gästen. Lina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Habe ich dich unterbrochen von lauter Aufregung hier? Ich habe zwei schöne Fälle aus der Presse mitgebracht. Da können wir das Thema wunderbar diskutieren. Fall Nummer eins. Friseurkette aus Hamburg wirft Betriebsrat raus wegen dem Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs. Ging durch die Presse. Einzelheiten waren da aus der Pressemitteilung nicht ersichtlich. Aber wir möchten es mal arbeitsrechtlich diskutieren und möchten hier ganz gerne mal wieder aufgreifen, das Thema Sonderkündigungsschutz für Betriebsräte. Das lernen Sie, liebe Betriebsratskolleginnen und Kollegen, im Betriebsverfassungsrecht Teil 1. Da sollten Sie fit sein. Denn natürlich kann es mal mit dem Arbeitgeber ein bisschen heiß hergehen. Da kann es natürlich zu Streit kommen. Und dann ist es natürlich immer wichtig zu wissen, wo laufen Sie jetzt wirklich Gefahr und wo dürfen Sie Ihre Amtspflichten auch voll ausnutzen. Darüber reden wir jetzt mal. Und ich würde sagen, Lina, vielleicht sagst du mal kurz zu dem Fall, wenn jetzt eine Friseurkette den gesamten Betriebsrat rauswerfen möchte, wegen Arbeitszeitbetrug, würde das denn rein rechtlich funktionieren? Naja, also grundsätzlich muss man sagen, wenn wirklich Arbeitszeitbetrug begangen worden ist, wäre das schon denkbar. Man muss so ein bisschen differenzieren. Wir haben auch die Pressemitteilung uns angeschaut. Da steht so wahnsinnig wenig drin. Aber wenn wir es jetzt einfach mal arbeitsrechtlich beurteilen, klar, ein Arbeitszeitbetrug kann ein fristloser Kündigungsgrund sein. Paragraf 626 BGB im Rahmen einer Interessensabwägung könnte es dann dazu kommen, dass man sagt, ja, hier ist eine fristlose Kündigung ausnahmsweise gerechtfertigt. Betriebsratsmitglieder können ja grundsätzlich ordentlich nicht gekündigt werden. Ausnahme Arbeitsplatz fällt weg. Und somit würde das aus meiner Sicht schon arbeitsrechtlich reichen. Was man dazu sagen kann schon mal, was schwierig werden wird, es geht um Betriebsratsfreistellungszeiten. Und da ist immer die Frage, ist das überhaupt ein arbeitsrechtlicher, also arbeitsvertraglicher Verstoß? Also ist hier gegen Arbeitnehmerpflichten verstoßen worden oder gegen Betriebsratspflichten? Aber jetzt lassen wir das mal außen vor. Gehen wir davon aus, Sie haben wirklich Arbeitszeitbetrug begangen. Dann wäre die Kündigung möglich. Aber wir brauchen halt die Zustimmung nach Paragraf 103 Betriebsverfassungsgesetz. Also Zustimmung des Betriebsrats. Genau, wir haben uns dann bei der Vorbereitung gefragt, wie geht es denn, wenn ich den gesamten Betriebsrat kündige? Wie hole ich mir denn die Zustimmung dann vom Betriebsrat für jede einzelne Kündigung? Wir werden es sehen. Ja, vielleicht haben Sie es hinbekommen. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht waren da genügend Ersatzmitglieder da. Wer weiß. Und dann wurde für jeden Tagesordnungspunkt quasi ein Ersatzmitglied reingeholt. Weil immer derjenige, der gekündigt werden soll, ist ja rechtlich verhindert. Ja, genau. Und dann, oder der Arbeitgeber hat die Zustimmung arbeitsgerichtlich ersetzen lassen. Das funktioniert ja auch. Vielleicht ist auch nichts von alledem passiert. Wir wissen es nicht. Aber grundsätzlich, wenn es passiert ist, ist es denkbar, dass tatsächlich hier wegen Arbeitszeitbetrug ein Betriebsratsmitglied, wenn die Zustimmung des Betriebsrats vorliegt, auch gekündigt werden kann. Also wir halten fest, Betriebsräte kündigen. Es ist jetzt nicht so, dass Betriebsräte vollkommen unkündbar sind, sondern es gibt noch die Möglichkeit, außerordentlich gekündigt zu werden, wenn der Betriebsrat zugestimmt hat oder dass die Zustimmung durch das Arbeitsgericht ersetzt wurde. Das steht im Paragrafen 103 Betriebsverfassungsgesetz. Und im Bereich der außerordentlichen Kündigung sind wir ja immer in Fällen, wo es zum Beispiel so in den Bereich von Straftaten geht und der Arbeitszeitbetrug an sich ist eine Straftat. Ob der dann im Einzelfall vorliegt, das ist dann wieder eine Rechtsfrage, die muss geklärt werden. Und ja, da kann man nur hoffen, dass sich die Betriebsratsmitglieder da auch entsprechend gegen die Kündigung wehren mit der Kündigungsschutzklage, sodass das entsprechend auch gerichtlich geklärt wird. Denn wenn die Kündigung nicht gerechtfertigt ist, dann werden wir gleich mal uns anschauen, ist es denn möglich, Betriebsräte rauszukaufen. Das ist dann nämlich die nächste spannende Frage. Denn wenn ein Arbeitgeber merkt, Kündigung funktioniert nicht, dann könnte er es natürlich mit einem Aufhebungsvertrag versuchen. Bevor wir dahin kommen, habe ich aber noch einen zweiten Fall aus der Presse. Da geht es um einen Callcenter-Betreiber aus Hamm. Und da ist der Streit ziemlich eskaliert. Da geht es irgendwie darum, dass der Betriebsrat den Dienstplänen nicht zustimmt. Der Arbeitgeber möchte an einem geplanten Feiertag, dass da gearbeitet wird. Und der Betriebsrat sagt, nee, wir stimmen dem nicht zu. Wir wollen hier einen Feiertagszuschlag haben. Und der Arbeitgeber sagt, das verstößt gegen den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dem Betrieb entsteht ein Riesenschaden, wenn wir an diesem Tag nicht arbeiten. Da gehen Aufträge verloren. Und der Arbeitgeber findet das ganz, ganz dreist, weil das Arbeitszeitgesetz nur einen Ersatzruhetag vorsieht für den Ausgleich von Sonne- und Feiertagsbeschäftigung. Und so ein Zuschlag, der ist halt nicht gesetzlich geregelt. Und das, finde ich, ist eine spannende Frage. Das ist ja so dieses ewige, leidige Thema. Was kann denn der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit? Ist es denn jetzt wirklich ein Verstoß gegen den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, wenn so ein Betriebsrat seine Beteiligungsrechte nutzt? Was sagst du dazu? Also definitiv nein. Da bin ich relativ klar und deutlich. Für mich ist das ganz klar. Ich würde es sogar wo ganz anders ansetzen. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe hier nicht, warum eine Kündigung ausgesprochen werden kann. Weil wir wissen, eine Kündigung ist nur möglich, wenn ich gegen meine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen habe. Hier, wenn überhaupt, hat der Betriebsrat, auch das sehe ich nicht, aber das muss das Gericht am Ende des Tages entscheiden, wenn überhaupt, hat der Betriebsrat hier oder die Betriebsratsmitglieder hier gegen ihre betriebsverfassungsrechtlichen Pflichten verstoßen. Deswegen können sie aber nicht gekündigt werden. Ganz wichtige Unterscheidung. Ja, weil was der Arbeitgeber hier macht, wenn der Arbeitgeber erpresst die Betriebsräte, droht denen mit Kündigung für den Fall, dass sie sich jetzt quasi hier weiterhin einsetzen. Und das Betriebsverfassungsgesetz gibt ja gerade die Möglichkeit, sich für die Arbeitnehmer in diesen Belang einzusetzen. Wir sind bei Dienstplänen in der echten Mitbestimmung. Und wenn der Betriebsrat da jetzt ein bisschen über die Stränge schlägt, weil seine Forderungen zu hoch sind, dann kann der Arbeitgeber gerne vor die Einigungsstelle ziehen. Und er kann auch gerne versuchen, ein Amtsenthebungsverfahren nach dem 23 Absatz 1 zu betreiben und zu sagen, mein Betriebsrat, der verstößt gegen die gesetzlichen Pflichten. Er missbraucht den Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Aber auch das sehen wir hier nicht. Weil um jetzt hier, man darf natürlich gerne auch verhandeln. Und meine Güte, so ist es halt nun mal. Also das ist jetzt mal wieder so ein typisches Arbeitgebervorbringen. Versucht der Arbeitgeber Druck auszuüben. Und das ist natürlich ein klassischer Fall von geht gar nicht. Da sind wir uns ziemlich einig. Und man muss vielleicht auch ganz kurz nur, weil es mir noch eingefallen ist, die hatten sogar eine einstweilige Verfügung erwirkt, weil der Arbeitgeber wollte sich nämlich nicht daran halten. Also der Betriebsrat hatte gesagt, nee, lieber Arbeitgeber, du darfst den Dienstplan so nicht machen. Der Arbeitgeber hat gesagt, ist mir egal, mache ich trotzdem. Und daraufhin ist der Betriebsrat vor das Arbeitsgericht gegangen und hat eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass der Arbeitgeber den Dienstplan nicht durchsetzen darf. Jetzt muss man immer sagen, eine einstweilige Verfügung heißt noch nicht, dass es in der Endsache auch so ausgeht, aber es ist schon mal ein Indiz dafür. Und dann deswegen zu kündigen, obwohl schon ein Arbeitsgericht gesagt hat, lieber Arbeitgeber, das, was du machst, ist nicht in Ordnung, ist eigentlich, muss man schon fast sagen, ein bisschen unverschämt. Also es ist schon Behinderung von Betriebsratsarbeit, sehe ich genauso. Also wenn da wirklich, also aus der Pressemitteilung ging es jetzt auch, finde ich, nicht so eindeutig hervor, ob da jetzt nur mit Kündigung gedroht wurde oder ob sie schon ausgesprochen wurde. Aber trotzdem ist es ein spannender Fall, um nochmal klarzumachen, dass natürlich Betriebsräte ihr Amt ausfüllen sollen und dürfen. Und sobald wir hier in einen Bereich kommen, wo der Arbeitgeber fies wird, da sind wir in der Behinderung der Betriebsratsarbeit, da ist es nicht möglich zu kündigen, in diesem zweiten Fall. Was der Arbeitgeber sich überlegen könnte, ist, die Betriebsräte rauszukaufen. Und da wollte ich gerne mit dir noch drüber sprechen, weil es gibt ein Urteil vom BAG vom 21.03.2018. Und das ist eine Entscheidung, die finde ich total spannend und ich glaube, die findet viel zu wenig Beachtung. Da geht es nämlich um einen Betriebsratsvorsitzenden. Ich erzähle den Fall mal kurz. Das ist sehr unterhaltsam, weil das ist wirklich auch ein wilder Fall. Da hat sich ein Betriebsratsvorsitzender vom Arbeitgeber rauskaufen lassen mit einer richtig, richtig guten Abfindung. Und da ging es halt wirklich um viel Geld. Der Kollege hatte so das Zehnfache seines Jahresgehalts gefordert und hat dann, also 500.000 Euro wollte er, hat dann letztendlich annähernd 270.000 Euro bekommen. Davon waren dann irgendwie 120.000 Euro Abfindung und 150.000 Euro noch Freistellung. Und das war wirklich schon ziemlich lustig, weil der Betriebsratsvorsitzende dieses Geld verprasst hat, hat eine riesen Party-Hochzeitsfeier für seinen Sohnemann geschmissen, 1.000 Gäste, natürlich horrende Kosten, hat dann noch seine Schulden getilgt mit dem ganzen Geld, das er dann noch hatte. Und hat dann im Nachhinein den Aufhebungsvertrag angefochten und hat gesagt, dieser Aufhebungsvertrag, der war doch null und nichtig, weil ich habe ja so eine hohe Abfindung bekommen, das verstößt doch gegen das gesetzliche Verbot der Begünstigung von Betriebsräten. Ja, du lachst zurecht, wirklich. Also ich finde es auch herrlich, was für ein bunter Sachverhalt. Also der Betriebsratsvorsitzende, wirklich ein sehr wildes Leben. Man muss auch dazu sagen, er wurde deshalb rausgekauft, weil er gekündigt, also der Arbeitgeber hatte versucht, ihn zu kündigen, wegen dem Vorwurf der sexuellen Belästigung seiner Sekretärin. Also wirklich ein sehr wildes Leben dieser Vorsitzende. Aber wie gesagt, er hat es geschafft, da so eine horrende Abfindungssumme zu erzielen. Dann hat er das Ganze angefochten und ist dann durch die Instanzen durchgegangen mit dem Ergebnis, dass das BAG am Ende gesagt hat, nö, die Zahlung von so einer hohen Abfindung ist in Ordnung. Das ist keine Begünstigung von Betriebsratsarbeit, also kein Verstoß gegen das Begünstigungsverbot des Paragrafen 78. Denn letztendlich schaut man bei der Abfindungssumme, das ist ja Verhandlungssache, bei einem Aufhebungsvertrag, das kann ich ja frei verhandeln. Und da schaut man immer, wie sicher, wie bestandsgeschützt ist denn das Arbeitsverhältnis. Und nachdem Betriebsräte ja einen Sonderkündigungsschutz haben, hier ist auch noch der Betriebsratsvorsitzende, der seit 30 Jahren im Betrieb ist, und da war das wirklich in Ordnung, sagt dann auch die Rechtsprechung. Insofern konnte der Kollege den Aufhebungsvertrag nicht anfechten. Also wirklich sehr unterhaltsamer Fall. Aber ich finde es wichtig zu wissen für Betriebsräte, dass die, wenn der Arbeitgeber so gemein vorgeht und versucht, die Betriebsräte zu kündigen, dann gilt für sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf alle Fälle innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung, Kündigung, Schutzklage erheben und dann versuchen, da sich zu vergleichen und da gerne wirklich sehr großzügig verhandeln beim Thema der Abfindung. Sehr großzügig. Also sich da auf gar keinen Fall schnell abspeisen lassen, schnell rauskaufen lassen, sondern bei Aufhebungsverträgen oder auch bei Vergleichen vom Arbeitsgericht gerne mal sich das wenigstens bezahlen lassen. Obwohl wir natürlich hoffen, dass sie sich da nicht rauskaufen lassen, sondern dass es dann natürlich auch weitergeht. Also klar sagt auch das BAG, das gezielte Rauskaufen von Betriebsräten ist gesetzlich nicht zulässig, aber wenn es halt dann nicht mehr anders geht und da sowieso das Arbeitsverhältnis zerrüttet ist, dann ist es okay, wenn das dem Arbeitgeber auch mehr kostet. Genau. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesbezüglich alles Gute. Lassen Sie sich nicht rauskündigen und wenn nur ganz, ganz teuer rauskaufen und bleiben Sie gesund. Tschüss. 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 Tschüss.